guten abend jungs und mädels ich würde mal sagen dann begrüße ich euch zu einer weiteren runde this war of mine the little ones gehen wir mal ins verlassene haus wieder so bleibt im bett ist krank ist auch krank bleibt auch im bett ist nur müde und hungrig geht plündern der andere ist ja weg genau gucken noch schön das haben so war das jetzt auch soweit mal gucken was jetzt über nacht passiert ist ob die jetzt hoffentlich sind die nicht ganz so krank geworden oder so tag 19 also jetzt nur noch einen tag und eine nacht praktisch und dann haben wir es durch ja mal gucken ok hat die sehr schwer krank und so eine haben wir uns hier reingeholt sehr hungrig traurig sehr müde ok noch mal gucken wegen essen zu bereiten vielleicht verletzt auch sehr müde warum seiten ihr alle so müde ja sehr müde war ja unterwegs oder nachbar wieder erst mit dem schnee ach nee ein händler oh er hat pillen das ist gut unterdosen essen wir brauchen keinen kaffee kräuter behalten das ist um die nahrung zu besorgen das ist nahrung dietrich braun nicht im moment das tiermedizin auch nicht tittybären scheint wo was zu bringen war nehm nicht noch mal gucken bandage und was will ich noch ach waffen das geht ja auch hätte ich extra gebaut für den fall schluss so bandage ein leicht verletzt damit er bandagiert ist hungrig nehmen wir jetzt mal eine dose auch sehr müde die stören sich dann auch sehr krass wenn die zu müde sind oder so das ist schon der wahnsinn so dann ruhe ich mal hier unten aus brennzeug noch rein genau so ausruhen was mit dir sehr hungrig traurig sehr müde brauchst auch erstmal eine dose so nur noch hungrig traurig und sehr müde dann holen wir schnee traurigkeit gibts einen schnaps schlafen sie dann nachher Betrunken immer noch traurig So du isst jetzt erstmal was Unten dann schwer krank du nimmst dir die richtigen Medikamente die auch für menschen sind Nicht fürs Vieh oder die Kräuterhexengeschichte da Medikament ist bloß erstmal was zu essen Filter müssen wir jetzt bauen Also mit dir hungrig leicht krank nur leicht krank das geht doch Hungrig kriegst gleich was zu essen jetzt tun wir erstmal was gegen deiner Krankheit Der ist total am rumsteuern so betrunken wie der ist das ist auch die härter So 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 Mach mal essen Brennstoff Brennstoff Gucken ob wir hier noch einen Ofen bauen können 400 Kartons Die Nacht Ha Okay Jetzt ist eh dann gleich sind sie Du bleibst im Bett du bleibst auch im Bett Obwohl So 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 Bleiben. Tag 20. Das Ende. Die Nacht war ruhig. Ah. Katja geht's besser. Marco sieht nur erschöpft aus. Du bist nur hungrig, dann kannst du dich mal ums Essen und den anderen kümmern. Hättest dich doch nochmal plündern gehen können. Naja gut, ist auch okay. Ihnen geht's jetzt auf jeden Fall wieder besser. Aber so ändert sich das dann halt so mitunter auf die Schnelle. Wasser machen ist wichtig. So, du bist erschöpft, leicht krank und hungrig. Du gehst leicht krank, weil du die Kinder nehmen und erschöpft gehst du ins Bett. Hast du wirklich schon lange nicht mehr geschlafen? Oh, jetzt bleibt er stehen und fällt fast um. Du musst unbedingt ins Bett. Und dann nimm deine Kräuter. Ab ins Bett. Vielleicht krank auf Medikamente, erschöpft, hungrig. Genau, hungrig ist noch nicht schlimm. Er schleift jetzt nur durch das Erschöpftsein. Oh, minus ein Grad. Ja, unten wird's jetzt wärmer. So, du bist nur hungrig. Also geht's dir doch gut. Sehr hungrig, krank. Du brauchst auf jeden Fall was zu essen. Du kannst immer schon mal richtig runter zum Sachen essen. Medikament haben wir leider nichts mehr für dich. Aber das müsste auch so gehen. Du hast ja erst was gekriegt an Medis. Ja, du bist nur hungrig. Du kannst dich eigentlich hier erstmal aufs Ding setzen. Hier beim Essen zu gucken. Bist du schon sehr, sehr hungrig. Nein, nur sehr hungrig. Nicht sehr, sehr hungrig. Und dann geht's am besten für dich erstmal schlafen. Weil wer krank ist, muss schlafen. Blöd, dass hier wirklich auch sehr kalt ist. Minus zwei Grad. So, er holt sich sehr hungrig auch. Und leicht krank. Dann wollen wir hier auch mal. Mit so einem Mörser hätten wir jetzt aus Kräutern zum Beispiel auch diese Kräuterheilung herstellen können. Aber da haben wir nicht genug Tage übrig gehabt. So, dann wollen wir mal beenden. So, der Krieg ist vorbei. Geschafft. Trophäe erhalten. Trophäe erhalten. Wir haben es geschafft. Das Ende kenne ich noch nicht. Ich habe es in der PC-Version noch nie durchgeschafft. Also in der ersten. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal das Mikro aus und dann könnt ihr euch in Ruhe schön den Abspann angucken, weil der ist auch sehr schön gemacht. Ich sehe es nicht, dass der Krieg ist. Ein bisschen zu sein. Ich habe es nicht. Ich sehe es nicht. Der ist ja auch nicht. Und der ist ja auch nicht. Und der ist ja sehr. Und der ist ja auch nicht. Ich habe es nicht. Und ich sage es nicht. Am Anfang vom Abspann ist es halt so, da wird einem dann nochmal erklärt, was bis dahin passiert ist. Das ist immer sehr gut gemacht. Alle möglichen kritischen Entscheidungen, zum Beispiel wenn wir die alte Familie beklaut haben oder sowas. So, und dann sieht man dann halt nochmal, was aus den Personen geworden ist, was auch sehr schön ist. Also ich finde es sehr gut und sehr schön gelungen, das Spiel. Geld ausgeben würde ich dafür jetzt nicht allzu viel. Ich würde mal so sagen, 15 Euro wären okay. Ja. Genau, und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß und dann würde ich sagen, bis denn dann.